Was geht ab Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich habe euch heute nur ein GTA-Stick Und ja, das wird auch ganz schnell gehen Ihr geht auf Handy, dann auf Nummer 1 gehen Und euch die 1, 3 mal die 9, 1, 2, 3 2 mal die 3 1, 2 Die 2 dann Die 8 Die 4 Die 2 Die 3 Nach mal die 2 Und dann die 7 Leute Und dann bekommt ihr dieses Auto Ihr müsst natürlich aber das Auto erst freischalten Das ist irgendwo Hier in der Wüste Ich weiß nicht schon mal Ne, das ist hier Leute Bei Frankfurts Garage hier Müsste es sein irgendwo Also bei diesen Haus oder bei diesen Haus Leute Ist das Auto zum Freischalten Ja, das war's mit dem Video Bye 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 Bye